Freunde, da bin ich wieder und zwar habe ich neue Ponys gefunden im 1 Euro Shop, das sollen Radiergummis sein, ja das packen wir jetzt mal aus, bisschen fummelig, na komm raus, ja ziemlich weich, also kann man verbiegen, also ist auf jeden Fall ein Radiogummi, eine Pinkie Pie, ausprobieren werde ich die natürlich jetzt nicht, weil ich finde die dann zu schade, wenn die jetzt irgendwie Radierspuren kriegt, ja das ist die erste und hier kommt das zweite, die Verpackung, nichts besonderes, sind ein paar Ponys oben drauf, hier steht noch ein Text bei, hier ist auch nichts interessiert, oh guck mal, hier ist die Preisliste, hier sind die Preise, na, wer scharf jetzt, ja, habe ich auch bezahlt, also ich habe jetzt nicht direkt einen Euro bezahlt, 1,25, aber geht ja, so, na, geh auf, so, das soll eine Rainbow Dash sein, mit orangenen Haaren, ohne Regenbogenhaare, ja, irgendwie, ach so, das geht sogar ab, kann man abnehmen, hehehe, das auch, na, da traue ich mich nicht dran zu ziehen, das ist ein bisschen fester, ich auch flexibel alles, wie gesagt, den aus dem 1 Euro Shop, haben 1,25 Euro pro Pony gekostet, ja, die habe ich jetzt mit euch ausgepackt, demnächst kommt noch mehr, haben noch ein paar Plüschis eins bestellt, und dann schauen wir uns die mal an zusammen, oh, hier geht die Frisur ab, kann man also nur reinstecken, interessant, aber da müsste das so eigentlich gehen, ah, so, ja, das ist doch auch mal was, oder nicht, weil der Zoom ist Mist, ja, die Pinkie nochmal, mit Rainbow Haaren, mir geht gar nicht, weil das eine andere Aufnahme hat, eine andere Aufnahme hinter, schade, aber, oh man, ich mache die mal schnell wieder original, so, na, irgendwie hängt das hier, so, jetzt geht's, jawoll, so, alles wieder normal, ja, mit den Farben gucke ich mal, ob ich die selber noch irgendwie anmale oder so, ich habe ja Farben da, aber, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut!